Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario Galaxy 2 Wii. Letzten Part haben wir es geschafft, Brause zu besiegen. Jetzt gehts in die Hauptwald-Galaxie und wir wollen alles neu erkunden. Aha, freue ich schon. Wir brauchen eigentlich nur einen Stern, da können wir schon wieder mit Frostkampf machen. Und da kommen wir noch eine Etage weiter. Aber das wollen wir noch nicht. Wir müssen ja 16 Sterne haben. Was? Die Mondhaisen suchen? Nein, bitte nicht mit Hasenfarmen. Ich hätte Hasenfarmen. Ach, da ist ja die Bienengalaxie noch ein bisschen anders. Die ist Spiegelverkehr. Oh Gott. Was ist das? Kommen, Abruber. Ich habe noch irgendwas zu sagen? So, du hast mir bestimmt, wir Hasen suchen nach blauen Sternenschutz. Ah, Sternenschutz hatte ich nicht. Hat mich das blöde Ding wirklich runtergelegt? Das finde ich jetzt echt nicht in Ordnung. Aber so, jetzt machen wir mal weiter. Ja, ohne Verwandlung. Ach so, ja. Jetzt hat er alle ab. Nummer 1. Nummer 1. Nummer 1. Oh, das stimmt ja auch eins, was ich versteckte, ja, Nummer 2. Halt alle ab. Hi. Okay, ich weiß, ich bin wohl sehr ruhig heute wieder. Okay, wir versuchen so hoch wie möglich zu strauteln. Sobald man auch so hochkommt. Und uns hier das holen können. Und wir wissen, dass uns nur eins fehlt. Was ist hier? Achso. Ne, hier unten war es schon. Hier kam ich doch irgendwie nur. Okay, ein Laubhauchen, glaube ich. Der ein bisschen buggy ist. ... ... ... Ach, das ist ein Brüschding, Mann. Er geht erstmal ruhig nach. Und doch mal das Leben. Wir könnten ja alle länger nicht. Komm, ich brauche hier. Na komm, das ist der Klima auch noch. Wieso, wo müssen wir denn hin? Na, für irgendwelche anderen Fahrten. Ah, komm, das ist der Klima auch noch. Wo denn auch Schankte? Aber ich glaube, da kann ich sowieso nicht. So. Jetzt haben wir den hier gelandet. Nein, keinen von... glaubst du, du kannst mich sagen. Nein. Was ist das? Okay, versuchen wir mal den... blöden... Hasen zu fangen. Und viel Intelligenz kann man... haben. Ich frage mich jetzt einfach, was das hier ist. Ich frage mich jetzt einfach, was das hier ist. Okay, das Bild... hat sich... aufgegangen. Okay. Willkommen zur... Zurück zu... Let's Play Super Mario Galaxy Theory. Das hat die Games so herausgestellt, dass sich das Bild aufgegangen hat. Na komm. Komm her. Komm her. Komm her. Ich mach dich doch klein Mario. Jetzt hängt sich aber aufs Bild alle fliegen zu können auf. Okay. Dann muss ich halt nochmal so... So. Mein... Ah, mein Hase. Ich hab dich gefahren. Ich habe verloren. Dafür gebe ich dir diesen V-Stern. Danke. Meine Güte. Ich hatte diese Hasen nicht so. Oh wie, die Feste. Spielt alles schön und gut, aber... Die Hasen, die mag ich nicht. Meine schöne Elemente. Die sind doch echt... Überflüssig. Meine Meinung nach. Ich hab noch 15 Minuten, wenn ich mich echt im Sinne... Nee. 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 Falsch rum. 13 Minuten. Was auch immer. Ja. Ja. Okay. Ich muss den Mondhausen suchen. Ich hab mich schon gesucht. Ich hab eine Galaxie in der Basis. Und zwar Basisnerfreund. Ja, ja, ja. Wir haben ihre Basisnerfreund hinterlegt. Bleibt zu hoffen, dass sie die Kraft der Stelle nicht missbrauchen. Ja. Auch wenn die drei Mal die missbrauchen. Die missbrauchen sie doch immer. Die sind doch sterbengeil. Das ist mir jetzt auch solle. Ähm. Ich gehe weiter wieder in den Abwald. Weil das doch so lustig ist. Und weh das. Und alle so'n blöde Hasen, die ich fange. Sind richtig leise. Ja, mal gucken, was die... Die Wurfen werden. Ah, ja gut. Hört sich ja wüssten besser an, als die blöden Hasen zu helfen. Du, du, du... Sieht doch nicht mehr aus, ne Hasen. Nein, sieht natürlich nicht mehr aus. Sieht genau aus. Sieht aus. Es kann schon kommen. Wie immer auch schon. Nach wie vor. Ich hab sie schütt. Ich... Sieht das. Lass mal in Ruhe. Ich bin. Ich bin. Ich würde mich jetzt überfahren. Oh nein. Wenn man hier nicht schnobelkisschen… Dann die Metade schnobelkisschen… Oh nein, wenn man hier nicht schnobelkisschen… ACCH instead. So, ok. Und die müssen hier jetzt an mést 혓na Kralling. Danke. Herr Mensch hat mich auf motiviert. Ich würde sagen, die Schlügel. Ich würde mich jetzt mal wiederholen. Der Schauzt ist, die Schlügel schlauert. Ich würde mich jetzt mal wiederholen, und jetzt was ich jetzt mal wiederholen. Ich würde mich jetzt mal wiederholen. Wenn man hier mehr geht, ist das gut. Ich hab jetzt was Bedeutungs gemacht, oh nein. Okay. Okay. This is not easy. We're going to go out. Okay. Shoot me off. Fine. Über eine Münze. Oder ein Goomba, der mir eine Münze gibt. Ob das machen wir? Was muss ich denn hier in meiner Welt? Soll ich mir mal meine Enkel. Soll ich mir einfach. Komm ein bisschen was für Schaden. Sonst kannst du mich hier hochkneiten. Danke. Nein. Nein. Die Blöden, Blöden enden. Ach, ich renn auch noch weit rum. Ich brauche mir hier eine. Danke. Lustige Idee, aber halt auch ein bisschen nervig. Okay. Okay. Und da isst die Haare zum Schaden. Oh, ich rachse. Ich rachse mich. Ich rachse mich. Und da ist die Ahnung. Okay. Okay. So. Sehen wir hier oben. Ich habe mir den Rest hier doch auch. Komm, ich sehe den doch schon. Und ich habe ihn so wohl gefüllt und ihn in der Hand gehabt. Okay, ich habe noch 5 Minuten. Mal gucken, wo ich mit den 5 Minuten in den Hafen lade. Nicht wirklich viel. Ich könnte auch heute einen kurzeren Part machen. Oh nein, ich bin irgendwie so gut drauf. Das gab's ja auch irgendwie mal wieder. Einigermaßen. Na gut, neue Galaxie. Neuer Halt. Ähm. Wie nenne ich das jetzt? Neuer. Tja, Anregung. Ich habe jetzt aber kein Boss auf Dings. Deswegen gehe ich mal in Spielzeugkraftwerk. Ich weiß, dass jetzt ein Haupt zum Boss kommt. Der aber auch erst zum nächsten Part kommen wird. Ich werde ziemlich einfach sein Nebenmittel machen. So. Okay. Okay. Ich glaube ich muss Anton auf Robo Bowser den Kopf kl 2021 Loch Rover. Oh dann hinten. Oh du heiliger. 앞으로 konnte nichts geil gemacht. Was hatte ich hier jetzt vieles? Oh shit, ey. Nein, warte auf meinen Tuch. Tuuuut, Tuuuut. Kapitän, die Arbeit! Ja, ey, das ist doch mal geil, das Level. Ey, ne. Das ist doch mal geil, das Level. Ich dachte, wer das erfüllen wird, ist doch einfach herrlich. Okay, ich muss auch noch mal hier die Schraube raus. Okay, noch was raus. Okay, muss ich hier rein, Robo. Okay. Okay. Hey, ich hab auch gerne eine Frage vergessen. Hey, oh. Töchtet... Hattet. Vielleicht krieg ich das wieder her... Vielleicht krieg ich das nicht hin, okay, äh, bis jetzt, im nächsten Part starten wir einfach wieder an der Stelle, bis zum nächsten Part, tschau tschau.